Ich finde hier auch die so komischen Stachelteile nervig, die sich so rumbewegen, so die gar nicht mehr so oft kommen und natürlich diese Jumper sind nervig. Und weil die vor allem auch auf diese Löcher, also in den Löchern stehen können. Man ist nirgendwo vor denen sicher, nirgendwo. So. Wann kommt eigentlich den Kingdom of Avalor Anfang Dingens, Gelumper? Eigentlich wollte ich es ja letzte Woche aufnehmen, aber da gab es ja technische Probleme. Ähm, dass ich ne halbe Stunde gebraucht habe, um den Sound richtig einzustellen. Dass man Stimme und das Spiel hört. Habe ich mal probiert, aber Audacity lief bei mir nicht so prall. Warum nicht? Die war so komisch noch. Das hat irgendwie den Sound nicht richtig flüssig aufgenommen, das war so abgehakt. nicht? Ja, weil es ist, dass du da eingestellt hast. Ich hab das installiert, hab auf Aufnahme gedrückt in der Maße. Hm, das ist doof. Hey, ein Pilz. Ein Damage Abschwum. Der mir glaube ich sogar noch ein Herz gegeben hat, so wie mir scheint. Awesome. Oder hab ich das einfach eben noch verloren? Hm, ich bin mir nicht so sicher. Au. So viel Zeit, das hinter mir hinterher fliegt. Was ist los? Du bist so ruhig. Ja, ich kämpfe grad gegen Gurley. Da musst du doch sowieso nichts machen. Diesmal auch nicht hinziemlich. Er hat mich glaube ich noch nicht einmal getroffen. Und ist jetzt tot. In his face. Wo auch immer das sein mag gerade. Wow, ein HP ab. Der ist acht Herzen. Die Tiefen eins. Ich bin grad, nein, die Tiefen zwei. Das ist so lahm. Ich bin so lahm. Ich bin so lahm. Und hier sind Gegner, die sich nicht wehren können. Finde ich ja nett. Also du hast noch kein Kingdom of Ameloo aufgenommen? Nein. Schade. Ich hätte mich schon gefreut. Ich werde das wahrscheinlich am Wochenende aufnehmen. Am Wochenende? Cool. Mal gucken, ob ich dich dabei irgendwie stören kann. Nö. Nö? Na, Steam mach ich eh aus. Weil sonst läuft ja gar nichts im Prinzip. Musst du Steam nicht anhaben? Nö. Kannst du auch sein Modus machen. Nö, eh gut. Nö. Glaub, wenn ich es dann beim Spielen ausmache, geht es auch. Denn, ich schmeiß ja mich nicht raus. Hm, möglich. Muss man testen, ich weiß es nicht genau. Aber sichererweise, Steam immer noch so viel frisst, noch. Oder stimmt. Wie ist böse. Die meisten werden wahrscheinlich eh flangen, weil ich jetzt da grafisch spiele. Das ist ein bisschen Misshalter, das sieht ja verrückt aus. Ich hoffe das läuft besser als die Demo, weil die Demo hat bei mir immer so ein kurzes Standbild gemacht, weil ich in diesen Reckoning-Modus gegangen bin. Wirklich? Ich weiß nicht, ob das in der Demo lag oder ob das im Spiel generell liegt. Das hatte ich nicht. Ja gut, du hast die Demo ein bisschen früher gespielt, vielleicht haben sie die geupdatet oder so. Ja wer weiß. Vielleicht wollt sie mich auch nur ärgern. Hast du dich denn schon entschlossen, als was du spielen wirst? Als Schurke oder als Krieger? Stimmt ja, hast du ja erwähnt oder? Ähm, Magi vs. War. Okay. Ja, weil mit Magier, das glaube ich nicht, dass das so gut läuft mit meinem Crap-PC. Ja stimmt, da war ja was. Dieses Effektfeuerfeuer, äh, Effektfeuerwerk, äh. Wenig so Bock auf Magier, weil die Rüstungen in dem Spiel irgendwie ziemlich nett aussahne die Waffen. Ach, ja. Ja zumindest in diesen Trailern und sowas. Ja, in diesen Trailern sieht immer alles ziemlich cool aus. Es wäre ja ziemlich armselig, wenn man einen Trailer machen würde, der... Ja, das Spiel ja nicht von seiner besten Seite zeigt. Hm, es gibt genug, die Crap-Spiele zeigen auch noch einen Cube of Me. Wirklich? Es gibt... Es liegt mir so ein Kopf hinterher. Es gibt Trailer, die Crap-Spiele zeigen... Naja, wenn das Spiel scheiße ist, dann... Ja, aber... Ist der Trailer auch scheiße? Aber es gibt es ja auch Spiele, bei denen der Trailer scheiße ist, obwohl die Spiele gut sind. Hm... Fällt mir grad spontan keiner ein, weil ich nicht so viel Trailer gucke. Ich schau mal gerne immer... hin und wieder Trailer an. Vor allem vom Film. Film-Trailer sind cool. Das hab ich mir ja gestern angeschaut oder letztens. Ähm... Dingens, wie hieß es? Weißt du Bescheid? Äh? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das hieß. Pandora hab ich mir angeschaut. Nee, nicht Pandora. Prometheus. Klingt nach Gay-Porn. Nee, das ist irgendwie so... Sci-Fi-Dingens, so wie... Event Horizon. Saß zumindest ein bisschen aus. Ey, der... der Meat-Queue, der schießt ja schon. Ja, der schießt schon. Ich glaube, du kannst nur noch einen mehr kriegen. Jetzt in diesem Durchgang. Ja, ja, ich glaube bei 3 ist der der Fertige. Nee, nee, 4 ist der Fertige. Ach so. Aber du hast ja den in Caves verpasst, oder? Ja. Ja. Bei 3? Ah, die Hörnstücken. Ich weiß gar nicht, was der bei 3 macht. Der rennt dir hinterher und der wird dann einfach so schnell, dass du nicht mehr abbauen kannst. Dein Router sich kurz aus. Wirklich? Ja. Und der spawnt Trollbomben. Nein, ich meine... Nicht War, sondern ich meine Dingenskirchens. Ähm... Wenn du 3 Fleisch-Klöpse hast. Ja, das kann ich dir auch so nicht sagen. Also bei 4 weiß ich, dass er dann... Ja, dass du halt so einen Meat-Boy hast, der halt Gegner hinterherläuft und versuchen würde, die zu rapen. Mit seiner Imba-Macht. Ja. Aber 3 Lerys. Was? 3 Lerys. Ich hab grad schon wieder Chub. So, aber langsam aber sicher... Ich hab halt sicher schon oft genug. Langsam aber sicher müsste ich mal wieder zum Marm kommen. Müsst du doch hier irgendwo rumgammeln. Also ich hab Marm schon gefunden, aber ich geh noch nicht rein, weil ich ein bisschen wenig Leben hab. Ich hätte mal in den Shop gehen können, fällt mir auf. Stimmt, ich hab 22 Coins und ich hab den Shop schon gefunden. Ich hab 16 und ich hab den Shop auch gefunden, aber... Ich war gerade... Ich werde, da steht sowieso wieder Greed drin. Ja, das kann auch nicht passieren, das wär gay. Okay. Das wär aber irgendwie typisch. Mal Blutspende. Ein blauer Chub, der irgendwie diese Bluts-Spuckoff spawnt. Interessant. Interessant. Interessant, muss ich schon sagen. Alter, jetzt kommen nur noch diese Telepteile, die hier rumschreien. Ja. Die sind relativ häufig. Aber nicht in Depth 2. Da hatte ich die vorher noch nie gesehen. Nee, da sind sie irgendwie noch nicht häufig eigentlich. Aber das ist jetzt schon der dritte Raum mit den Viechern. Der dritte Raum. Sag mal, wie ist das eigentlich? Machen wir da noch ein extra Ankündigungsvideo? Für was? Na, für das neue Projekt dann. Wenn du meinst, dass ich das jemand angucke, können wir das gerne machen? Pff, ich weiß ja nicht. Wär ja möglich. Meine Isaac-Parts haben im Durchschnitt 100 Views, glaub ich. Meine nicht mal. Ich hab keinen Plan warum. Vielleicht liegt's an der Betitlung. Vielleicht sollte ich einfach alles genauso betiteln wie bei dir. Vielleicht sind meine Abonnenten einfach so, dass die das auch gucken, was ich hochladen. Ja. Ja, das wäre natürlich auch möglich. Ich hab hier noch meinen eigenen Abonnenten, der mich für schwul hält. Ja. Der sich mein ganzes Zeug anschaut und das auch irgendwie kommentiert. Jedes einzelne Video. Trotzdem hält er sich für schwul. Hm. Ist ein bisschen traurig. Aber hey. Ja. Au. Das verfluchte Zombie-Ding mit dem Gesicht hinten drauf. Das ist ziemlich nervig. Welche Etage bist du? Äh, die tiefen zwei. Immer noch? Ja, ich bin jetzt direkt vor der Bostür. In so einem Raum. Mit diesen komischen Zombies en masse. Jetzt sind sie alle tot. Jetzt werde ich nochmal in den Shop flitzen. Mit flitzen meine ich kriechen. Ey, Landkarte. Das ist der Secret Room. Dann kann ich auch nochmal gucken. Ob sich da irgendwas finden lässt. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte vorhin die Schaufel mitgenommen. Bei meinem letzten Play-Though. Damit kann man sicherlich super Bosse umgehen. Hä? Was hast du schon? Ich hab keine Bomben. Dann brauche ich ja gar nicht zum Secret laufen. Ja? Klingt nachvollziehbar. Dann geh ich halt zum Ahnen. Ist das? Ah, verflucht. The Book of Reservations. Ja, ich bin ein riesiges hässliches Baby. Lach mich nur aus. So, und jetzt nochmal an das ganz andere Ende der Maprennen. Warst du jetzt schon beim Arm? Bist du schon beim Arm? Ich bin grad drinnen. Ich kämpf grad. Aber ich hab einfach so viel Scheiße, den ich rumschmeiß hier. Da kann die nicht viel machen. Da kann... Ich hab zwei Fliegen und den Bruder und den Meat Boy. Tja, das sieht dann wohl eindeutig nach dem Wind völlig aus. Oder? Jetzt sag nichts anderes. Wow, sie hat Steine in der Kopf und da waren nochmal zwei Herzen drin. Happy Birthday! Oh, jetzt hat sie mich angefasst. Jetzt hätte ich unsittlich berührt. Es ist gar nicht so leicht, sie dazu zu bringen, dass sie sich selber so tritt. Ja, das stimmt. Wenn du an der Tür stehst, dann grabscht sie immer. Oh, jetzt hat sie sich doch totgetreten. Schade. Ich bin jetzt grad mal halb tot. Beziehungsweise ein Drittel tot, sagen wir. Bestell doch einfach. Ja, jetzt hat sie sich selber... selber getreten. Oh mein Gott, wie lang. Ich würde gerne mal wissen, wie Chub in Marm reinkommt. Das ist ne gute Frage. Ich frau mich sowieso, wie das ganze Zeug da reinkommt. Ja, das auch. Und wir da vor allen Dingen wieder reinkommen. Hey, Gelédinger. Würmer in Gelee. Nur... Und zwar gleich fünfmal sowas. Fünfmal. Und hast du schon deine ersten tollen Erfahrungen mit... ...de Womb gemacht. Naja, ich hatte Chub und hab jetzt so ne... ...gummischen Laserbauchdinger. Laserbauchdinger sind doch die einfach... ...die einfachsten... ...die Gegner, die da unten kommen. Ja, aber die sind jetzt ein bisschen buggy. Also wenn du... ...wenn die halt gelasert haben, du dann reinläufst danach... ...wenn der schon weg ist, dann kriegst du trotzdem noch Schaden. Wirklich? Das ist ein bisschen nervig. Ich finde, viel schlimmer sind ja Laser-Augen. Die hatte ich noch nicht. Doch, diesen... ...extrem eklig... ...extrem... ...dingens. Was hier unten... ...nur nervig ist, dass so ziemlich alles irgendwo verschwinden kann. Und sonst wo wieder auftaucht. Hatte ich bis jetzt noch nichts. Nichts? Zum Glück. Ui... ...so hart für die Bühne. Pümmel? Ja, genau so. Okay, die sind scheiße. Da unten ist ziemlich alles scheiße. Boah. Boah. Vor allem, wenn man keinen Schaden macht. Ja, ich mache ein bisschen Schaden. Immerhin. Ja, bei dieser. Oh, der ist auch... Teil dahinter. Na, nein. Über den Raum... Mal gucken, was da drin ist. Vielleicht gibt es da irgendwas Gutes? Nee. Nein, danke. Also in meinem Geheimraum war gerade... ...Greed drin. Fand nicht so toll. Hm, ich weiß nicht mal, wo hier der Geheimraum sein könnte. Ja, ich hab ja eine Landkarte zum... Siehst du, wie praktisch sowas ist, wenn man mal eine Landkarte hat. Komischerweise funktioniert die auch in Marm. So eine Landkarte brauchte ich auch immer. Bist du öfters in deiner Mutter? Ja, klar. Täglich. Okay. Ich glaube, nähere Informationen dazu möchte ich gar nicht haben. Können wir gerne Fotos machen? Nee, du, lass mal. Oder vielleicht doch, dann könnte ich die ja reinschneiden. Hoah. Oh, was ist das für Pissviecher? Wie du schon sagtest, Pissviecher. Gut erkannt. Ja, diese Kackdinger, diese Fleischkopfkacke hier, die einfach aus dem Boden kommen und sich hin anrotzen. Dann verlierst du erstmal insgesamt total viel Leben. Ja, genau das ist das, was die meisten Gegner hier machen. Sie tauchen auf, rotzen dich voll und dann verschwinden sie wieder. Tod. Du oder es? Ja, ja, ich. Delicious. Was denkst du, wie lange du noch raus? Ich weiß es nicht, ich kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann geh ich mal kurz AFK. Ja, geh AFK. Mach was immer du magst. Und ich werde hier einfach weiter diese Würmer bekämpfen. Alleine kommentieren. Macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß. Ja, ich weiß, dass ich meinen ganzen anderen Let's Plays auch mache, aber wenn dieses Let's Play hier darauf ausgelegt ist, dass wir zu zweit kommentieren. Dann macht es zuerst recht Spaß, wenn du allein machst. Ja, ich könnte ihn jetzt voll doof machen. Okay. Mach ich nicht. Ich bin ja kein hinterfotziges Wesen, das andere Leute dazu anweist, ihre Freundin umzubringen und sie dann zu verspeisen. Hä? Ja, falls ihr euch wundert, meine Freundin sitzt hier gerade neben mir. Wie so oft. Und sie lässt schöne Gugis ausrichten. Ach, diese kleinen Viecher, die einen anschreien. Das mag niemand. Nein, nicht du. Noch mehr Gelumpel, das mich anschreit. Ist nicht nett. Aber dafür ziemlich fett. Was machst du denn da? Ich weiß nicht, lange aber nicht. Hör auf damit. Hör auf doch. Dann ist alles wieder im Lot. Hey, da ist ja der Boss. Fällt mir auf. Ich achte schon gar nicht mehr auf die Räume. Ist ja auch ein Bimbo. Ich versuche einfach nur allem auszumeichen, was irgendwie rot ist. So. Hey, aber den erster Besuch in The Wormt war doch gar nicht so schlecht, oder? Naja. Ist ein bisschen nervig, dass da alles ein Leben abzieht direkt. Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, warum das immer so ein bisschen mannsteam-crazyt ist. Denn 5000 Anfragen. Oh, Maggie vs. Plastocyste. Sieht irgendwie aus wie Monstro. Macht auch irgendwie dasselbe wie Monstro. Nein, es ist nicht Monstro. Es ist irgendein Wurm in einer riesigen Schleimhülle. Ja, Bubblegum. Oh mein Gott, es hat sich gespalten. Kält es dich? Es hat gerade mir ein komplettes Herz abgezogen mit einer Attacke. Und ich habe jetzt noch 6, 7,5. Beziehungsweise. 8,5. Jum, 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 Herz. Und ich weiß es sich nochmal. Oh mein Gott. Was ist das denn für Mist? Du wirst ja so spielen, wenn du dich vorbittst. Nein, ich werde nicht sterben. Alle meine Fliegen, helft mir. Ja, du stirbst. Nein, dank meinem Vampirzeug. Nein, meinem. Okay. Der Vampirzeug. Verfluchte Grammatik-Nazis. Ich mache jetzt nichts mehr sehr viel. Also ich gucke es noch ein bisschen auf YouTubers an. So dreist bin ich. Nimmst du das jetzt auch mit auf? Ja, ich glaube schon. Ich gucke jetzt Josh was neu geladen hat. Wow. Also im Moment ist es noch kein neuer. Videoception. Ach ja, ich habe den Boss fertig gemacht. In his face. Das ist auch einer der einen, glaube ich. Hä? Doch einer der einfachsten. Das ist wie in ihm schreiben. Naja, aber ja. Ich glaube, die ganzen Bosse in The Womb 1 sind relativ einfach abgesehen vom Tod. Ich meine, da gibt es ja, glaube ich, nur Skolax. Dieses komische Wurm-Ding. Ja, den kann ich nicht machen. Das ist so ein Wurm-Ding. Dem kann man die Hälfte an Leben abziehen, wenn man es dabei erwischt, wie es... Also wenn man es dabei trifft, wie es von einer Stelle zur anderen portet oder so. Sich da so durchwürmelt. Und ansonsten macht das Vieh auch nichts. Ja, ich würmle mich durch. Hast du gut erkannt. Und halt dieses komische Schleim-Ding. Und ansonsten weiß ich gar nicht, welches der noch gibt. Ich finde, du sollst jetzt lange mal sterben. Nein, ich werde das jetzt hier voll fertig machen. Stimmt, wenn du das schaffst, dann ist ja das Projekt vorbei. Boah, ich bin so awesome. Das wäre... krass. Das wäre wirklich krass. Willst du nicht doch lieber noch was machen und versuchen, deine Ehre zu retten irgendwie? Nö, ich zeig gerade meinen YouTube-Kanal. Zeigst du gerade deinen YouTube-Kanal? Machst völlig Schleich-Werbung. Ja, für mich. Ich klicke jetzt einfach mal ein bisschen was durch. Hier, X-Feuer. Radet euch, X-Feuer. Das ist viel toller als MSN-Steamer oder sonst. Ja, edit ihn. Er will geedit werden. Das ist doch, was du willst, oder? Ich brauche noch 6.000, dann habe ich 10.000 in jedem stunden im X-Feuer. Wirklich? Ein Meilenstein. Ich glaube, als wir das erste Mal geschrieben hatten, als du mir über X-Feuer erzählt hast, hast du gemeint, dass diese X-Feuer Stundenanzahl sowas wie die virtuelle Penis-Länge ist. Ja, so haben wir das in unserer Klasse auch gehandelt damals. Weil der eine unbedingt meinte, er muss angeben, dass er 3.000 Stunden hatten. Zu der Zeit hat er, ich glaube, 5.000. Wow. Ja. Hey, die Welt. Aha. Ich höre diese Ion-Werbung. Ech. Das hast du auch gespielt, oder? Ja, ich habe es mir vor kurzem mal geladen, aber ich bin nicht weit gekommen. Ich bin da bis 5. Irgendwie habe ich nicht die Motivation weiterzumachen. Wie uncool. Ich bin gleich bei Mams Herz. Und dann werde ich sie voll töten. Gab es nicht mal so eine Anzeige, wo man alle Leute sehen konnte, die man abonniert hat? Ja, die gab es irgendwie. Ich habe hier nur eine, die ist aber ein bisschen hässlich, weil da stehen nur die Namen, nicht die Symbole. Das ist so unschön. Ne, doch, ich glaube, die war schon immer so. Und was anderes kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, dann schaut euch das an hier links. Ich hoffe, das ist ein bisschen wild, ja. Alle, die hier links stehen, sind toll und sollten abonniert werden. Beziehungsweise ihr solltet ihre Videos schauen. Wie viele Abos hast du eigentlich? Andere abonniert, oder? Ja, andere abonniert. Keine Ahnung, das kann man jetzt nicht so genau nachgucken. Und ich, das ist doch gleich auf deiner Startseite, steht das oben mit da oben. Ja, Moment. Hä? 59. 59? Ja, da sind sie alle. Gut, dann kann ich das jetzt sogar bei Fullscreen zeigen, glaube ich. Du hast 59 Leute abonniert. Laden die auch alle was hoch? Ein Großteil, ja. Wow. So, ich gehe jetzt zu Moms Herz. Üblicherweise ist das jetzt die End. Es ist der Ende des Todes. Jedes Mal, wenn ich durch meine Abos scrolle, fällt mir auf, dass ich fast keine deutschen Channels drin habe. Weil deutsche Channels sind auch voll, ne, ich will ja nichts sagen, aber, keine Ahnung. Amerikanische, englische, finde ich halt um einiges besser, irgendwie. Das stimmt, ja. So, die auch voll mit Bomben zu pflastern. Weißt du, was das Tolle an Moms Herz ist? Äh, dass es nicht deins ist. Ja, das auch. Aber, da sie immer wieder Gegner spawnt und ich dieses Vampir-Dingens habe, kann ich mich immer und immer wieder aufladen. Selbst wenn ich mal Schaden nehmen soll. Welchen Isaac-Part schaust du dir an? Den fünften. Das ist jetzt voll Inception. Deiner oder meiner? Deiner. Cool. Ich hab's gleich geschafft, ich hab's gleich geschafft. So. Fühl dich gefistet. Moms Herz. Also hast du jetzt gewonnen. Joa. Das kann man so sagen. Das ist natürlich ziemlich dreist. Und weißt du denn schon, was du als nächstes machen willst? Ähm, ich glaube, wir werden als nächstes, äh, Raymond 2 spielen. Okay. Einverstanden damit. Das ist ja letztlich mal so. Ja, das hat nicht gesprochen. So, ich will jetzt noch gucken, was in dieser Kiste drin ist. Und in dieser Kiste befindet sich... Ein Strick. Wow. Jo. Mit dem er sich erhängt. Super Ende. Finde ich spitze. Also wir hatten, wir hatten das so gemacht, dass wir uns für das nächste Spiel jeweils eine Kategorie aussuchen können, die nicht gewählt werden da. Genau. Mir fällt gerade auf, dass mein Maustherr die ganze Zeit im Dingens war. Die Kategorie, die ich gewählt habe, war RTS, also Real Time, Strategy, Dingens, Gelumpe. Was sich sowieso sicherlich schlecht beursussen lässt. Aber, für den Fall, lieber nicht. Und was war deins? Horrorgames. Weil ich die persönlich auch für relativ langweilig halte und nicht gerne spiele. Das ist sehr vernünftig. Wir könnten aber auch ein Heroes of Might and Magic machen. Boah. Nein. Das ist doch RTS. Nur ist es rundenbasiert. Ja. Round Time Strategy. Okay, aber dann war es das jetzt erstmal mit Isaac. Ja, dann geht es das nächste Mal weit mit dem Spiel, was der Fall machen möchte. Und er hat 3-1 gewonnen, merkt euch das. 3-1. Und ich werde Isaac, glaube ich, noch weiterspielen dann. Aber, mal sehen. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, liebe Zuschauer. Und scheidet euch das nächste Mal wieder ein. Im nächsten Versus. Wenn Riven wieder jämmerlich abfällen wird. Ich kenne das Spiel zwar nicht, aber ich werde nicht fertig machen. Ja, ganz genau. Das hoffe ich doch mal. Bis dann. Ja. Und ciao. Ciao. Oh mein Gott, war das jetzt erfolgreich. Wie lange haben wir aufgenommen? Um 2 Stunden 15 Minuten. Wie lange haben wir aufgenommen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020